Oh Mann, ich dachte, das wäre ein Pitsch. Sicher? Ja. Jetzt ist es euch erschienen. Nein, die gehen da nicht an, Andrea. Nein, die fressen Mäusen, keine Rehe. Na, Angst essen die, wenn die dann so ein bisschen verletzt sind. Ja, ich freue mich. Noch eine LHQ? Ja, nee. Ach so, wie ein weißer Arsch oder was? Hat sich so gut gemacht. Ich glaube, die hat Zitzen, die hat Babys. Gucken wir mal, ob die Zitzen hat. Also, dicke. Doch, die hat Babys. Wollte ich sagen. Ja, hier ist Hanni. Die filmen gerade Fuchs und Reh. Wir sind doch in Dänemark. Ja, wir sind bis morgen da. Ich gebe sie dir gleich. Warte, mach mal laut. Ach so, nee, ist doch Europa. Nee, er muss auch bezahlen. Sag schnell selber, ich habe laut gemacht. Der ist wirklich auf der Jagd. Der sucht nach Mäusen. Ach klar. Nach Mäuschen. Der läuft so richtig schleichend. Der schnüffelt, ja. Die ist eine tragende Fee. Die hat dicke Zitzen. Oh, den Kier. Ja, der ist schon beschadig. Komm, dann hier sitzen. Ach so, ich darf die runterlaufen lassen. Ja, ich denke, wo? Stimmt. Ja, ich denke, wo? Nee, ist gut, mein Problem. Jetzt war nämlich was zu trinken für den Mund mit, ey. Ja, ich bin cleverer. Ja, ich bin cleverer. Ist gut jetzt so. Mach es jetzt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß.